Nuklearia liest A Bright Future – Eine glänzende Zukunft Wie einige Länder die Klimakrise meistern und die anderen folgen können Ein Buch von Joshua Goldstein und Staffan Quist Kapitel 2 – Wie Schweden es gemacht hat Es gibt ein Land, das seine klimaschädlichen Emissionen besonders erfolgreich gesenkt hat. Schweden hat zwischen 1970 und 1990 seinen gesamten CO2-Ausstoß um die Hälfte gesenkt. Pro Kopf sogar um mehr als 60 Prozent. Gleichzeitig wuchs die schwedische Wirtschaft um 50 Prozent und die Stromerzeugung verdoppelte sich. Alles begann in den späten 60er Jahren, als man sich um das Klima noch keine Sorgen machte. Ende der 60er Jahre wollte Schweden die Wasserkraft nicht weiter ausbauen, um seine letzten ungedämmten Flüsse zu schützen. Es war noch nicht klar, wie der ständig steigende Strombedarf zukünftig gedeckt werden sollte, aber Öl war der wahrscheinlichste Kandidat. Die Ölkrisen von 1973 und 1979 jedoch verursachten enorme Preisspitzen und Ausfälle in der Versorgung. Das überzeugte die Schweden, nach einer Alternative zu suchen. Anstatt immer mehr fossile Brennstoffe wie Öl einzusetzen, um den wachsenden Strombedarf zu decken, baute Schweden eine Reihe von Kraftwerken, die eine neue Energiequelle nutzten. Diese neue Energie war CO2-frei wie Wasserkraft, billiger als importiertes Öl, viel weniger gesundheitsschädigend als Kohle und unglaublich konzentriert. Ein Pfund des neuen Brennstoffs erzeugte die gleiche Energie wie über zwei Millionen Pfund Kohle. Auch die Menge an giftigen Abfällen, die bei der Stromerzeugung entsteht, war viele tausendmal geringer als bei der Verbrennung von Kohle, sogar noch geringer als bei der Verbrennung von Erdgas. Der große Unterschied zwischen der neuen Energiequelle und fossilen Brennstoffen oder erneuerbaren Energien liegt in der enormen Energiekonzentration. Ein einziger Lastwagen des neuen Brennstoffs genügt, um eines der neuen Kraftwerke ein ganzes Jahr lang zu betreiben. Um ein Kohlekraftwerk von ähnlicher Leistung ein Jahr lang zu betreiben, braucht man 25.000 Eisenbahnwaggons voller Kohle. Eine kleine Menge des neuen Brennstoffs mit einem Gewicht von einem Penny setzt ebenso viel Energie frei wie die Verbrennung von fünf Tonnen Kohle. Einen ähnlich großen Unterschied gibt es bei den Abfällen. Ökologisch gesehen bedeutet diese fantastische Energiedichte weniger Bergbau und Umweltverschmutzung für die gleiche Energiemenge. Die neue Energiequelle versorgte Schweden im Überfluss mit zuverlässigem und preiswertem Strom. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern gelang es Schweden sehr schnell, viel mehr Strom herzustellen, ohne fossile Brennstoffe zu nutzen. In der Stromproduktion gelang es Schweden, ganz auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Der Ausbau der neuen Energiequelle und die Entwicklung von Fernwärme aus Biomasse und Abfall bewirkte eine umfassende Dekarbonisierung. Insgesamt ging die Energieproduktion durch Erdölprodukte um mehr als 40 Prozent zurück. Im gleichen Zeitraum verfünffachte sich die Strommenge, die zum Heizen genutzt wurde. Schweden baute in den 70er und 80er Jahren ein Dutzend Kraftwerke der Energiequelle an nur vier Standorten. Gleichzeitig baute Schweden sogar einige Anlagen im benachbarten Finnland. Auf dem Höhepunkt des Ausbaus der neuen Energiequelle in den 70er Jahren befand sich in Schweden etwa ein großes Kraftwerk auf eine Million Einwohner im Bau. Würde heute China oder Indien das Gleiche tun, müsste man zur selben Zeit jeweils mehr als tausend Kraftwerke bauen. Acht der zwölf Kraftwerke, die Schweden damals baute, sind noch heute in Betrieb, ebenso wie die beiden in Finnland. Zusammen erzeugen sie 40 Prozent der schwedischen Elektrizität. Weitere 40 Prozent stammen aus Wasserkraft. Der Rest kommt von Biokraftstoffen und Wind. In den neuen Kraftwerken gab es bis heute keinen einzigen ernsthaften Unfall. Es gab auch weniger Störungen, als man in fast jeder anderen Industrieanlage routinehalber erwarten würde. Niemand ist durch die neue Energiequelle ums Leben gekommen, abgesehen von wenigen Unfällen, die nichts mit der Art des Kraftwerks zu tun hatten. Niemand ist an Abgasen erstickt, weil es keine gibt. Die Anlagen sind im Jahresschnitt zu etwa 90 Prozent ausgelastet und produzieren rund um die Uhr zuverlässig Strom. Schwedens Wirtschaft florierte in der Ära der neuen Energiequelle, weil es billigen Strom für Industrie, Gewerbe und Haushalte gab. Schweden hat einen relativ hohen Pro-Kopf-Energieverbrauch und die schwedischen Wohnungen bleiben in den kalten nördlichen Wintern schön warm. Das größte Kraftwerk der neuen Energiequelle steht in Ringhals an der schwedischen Westküste. Auf etwas mehr als einem halben Quadratkilometer kann es bis zu 4 Gigawatt Strom produzieren, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. In normalen Jahren erzeugt es im Durchschnitt 24 Terawattstunden Strom. Genau wie in Ringhals produzieren zwei weitere Standorte, Forsmark und Oskarsham, sauber und leise sehr viel Strom, und zwar in grünen, lieblich ruhigen Landschaften der Ostseeküste. Was wäre, wenn die gleiche Menge Strom auf andere Weise erzeugt würde? Der Ersatz von Ringhals durch ein Kohlekraftwerk würde jedes Jahr fast 11 Millionen Tonnen Kohle verfeuern. Ein Zug von über 2000 Kilometern Länge, der 2 Millionen Tonnen giftige Reststoffe hinterlassen würde, darunter Asche, Quecksilber und andere, einschließlich radioaktiver Substanzen. Das Kohlekraftwerk würde riesige Dreckwolken in die Luft speien, genug, um jedes Jahr etwa 700 Schweden zu töten. Außerdem würden etwa 22 Millionen Tonnen CO2 den Klimawandel beschleunigen. Bergleute würden bei Unfällen sterben und an Staublungen leiden. Landschaften würden durch den Tagebau zerstört. Die gleiche Menge Strom aus Erdöl zu gewinnen, wäre viel teurer und würde die Umwelt nur etwas weniger schädigen. Um Ringhals zu ersetzen, müssten jedes Jahr 40 Millionen Barrel Öl gepumpt und transportiert werden. Das wären etwa 20 Supertanker, wobei es zu massiven Ölverschmutzungen kommen könnte, auf See, durch Pipelines oder Züge. Durch Verbrennen des Öls würde die Luft verschmutzt, wenn auch weniger als durch Kohle, und 17 Millionen Tonnen CO2 würden in die Atmosphäre entlassen. In den ölexportierenden Ländern würden die Verkaufserlöse hässliche Diktaturen stützen und bewaffnete Konflikte anheizen. Erdgas könnte Strom zwar etwas sauberer produzieren, was den Feinstaub betrifft, aber es würde immer noch etwa halb so viel CO2 wie Kohle produzieren, während die neue Energiequelle fast bei Null liegt. Erdgas wird zudem häufig durch Fracking gewonnen. Dabei werden giftige Chemikalien unter hohem Druck in Gesteinsformationen hineingepresst. Die Chemikalien können in die Trinkwasserversorgung gelangen. Außerdem ist Erdgas explosiv. Tatsächlich sind schon Gebäude bis hin zu ganzen Straßenblöcken explodiert. Um Erdgas in großer Menge an Orte wie Schweden zu bringen, wird es oft bei sehr niedrigen Temperaturen verflüssigt und teuer transportiert. Alternativ könnte es über Pipeline aus Russland kommen, aber das ist aus geopolitischen Gründen ein Problem. Windkraft könnte ebenfalls die gleiche Menge Strom erzeugen. Wollte man Ringhals durch Windkraft ersetzen, bräuchte man in etwa das Dreifache der dort installierten Leistung, denn Windkraft ist schwankend und erzeugt durchschnittlich nur ein Drittel der installierten Leistung. Um die in Ringhals erzeugte Energie zu ersetzen, wäre also die doppelte Leistung des schwedischen Windparks in Markbikten nötig, der einer der größten Windparks in Europa werden soll. Ein dem Stand der Technik entsprechender Doppel-Markbikten-Windpark würde 2500 Turbinen mit einer Höhe von 200 Metern umfassen. Er müsste über 1000 Quadratkilometer groß sein. Ein solcher Windpark könnte innerhalb eines Jahres genauso viel Energie wie das Kraftwerk Ringhals erzeugen. Allerdings wäre die Leistung nicht konstant, manchmal viel höher als die Nachfrage und manchmal viel niedriger. Bis heute gibt es keine effiziente Möglichkeit, überschüssige Energie zu speichern. Auch Sonnenkollektoren könnten Ringhals nicht ersetzen. Selbst wenn die Sonne gleichmäßig schiene, bräuchte man 20 Gigawatt an installierter Photovoltaikleistung, um dieselbe Energiemenge zu erzeugen, weil die Sonne nur tagsüber scheint und auch nicht an allen Tagen. Ein dunkles nördliches Land wie Schweden hat im Winter, wenn der Energiebedarf am höchsten ist, nur sehr wenig Sonne. Die Ausmaße eines 20 Gigawatt-Solarparks sind mit einer Fläche von 100 bis 250 Quadratkilometer kaum vorstellbar. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 100 Kilometern pro Stunde eine Autobahn entlang, wobei die Solarzellen sich 1,5 Kilometer rechts und 1,5 Kilometer links von ihnen erstrecken. Es würde etwa eine halbe Stunde dauern, bis sie am Ende des Solarparks ankommen. Nach Ablauf ihrer Lebensdauer von etwa 25 Jahren müssten sämtliche Solarpaneele mitsamt ihren toxischen Bestandteilen entsorgt und durch neue ersetzt werden. Im Gegensatz dazu kann die jährliche Abfallmenge des Kraftwerks in Ringhals etwa sechs Eisenbahnwaggons oder 15 Schiffscontainer nach 50 Jahren Betriebsdauer an einem sicheren Ort vergraben werden. Da die Entsorgungskosten im Strompreis enthalten sind, wird genug Geld dafür da sein. Wegen all dieser Vorteile entschied Schweden sich für die neue Energiequelle. Schon vor dem Klimawandel erkannte Schweden, dass die neue Energiequelle besser ist als Kohle, Erdöl, Erdgas, Wind oder Solarkraft. Die Schweden wollten genug Strom haben und in ihren kalten Wintern nicht frieren. Nebenbei waren sie erfolgreicher als irgendein anderes Land darin, ihren CO2-Ausstoß zu senken. Das macht Schweden in Zeiten des Klimawandels zu einem Vorbild. Schweden ging diesen Weg nicht allein. Frankreich, Belgien und die Schweiz machten mehr oder weniger dasselbe. Frankreich hat in 20 Jahren 56 Kraftwerke der neuen Energiequelle gebaut. Dadurch stößt es pro Kopf 70 Prozent weniger CO2 aus als die Vereinigten Staaten und es genießt den billigsten Strom in Europa. Die USA begaben sich auf den gleichen Weg, kehrten aber abrupt um, gerade als es in Schweden richtig losging. Doch auch heute noch liefert die neue Energiequelle ein Fünftel des gesamten Stroms der Vereinigten Staaten und zwei Drittel ihres sauberen Stroms. Wie in Schweden ist niemand gestorben, abgesehen von wenigen Unfällen, die nichts mit der Art des Kraftwerks zu tun hatten und es wurde fast kein Kohlenstoff ausgestoßen. Hunderttausende von Menschenleben wurden gerettet, weil weniger Kohle verbrannt wurde, die in den Vereinigten Staaten immer noch eine beträchtliche Menge Strom erzeugt. Fast 100 Kraftwerke der neuen Energiequelle sind über die Vereinigten Staaten verstreut. Sie liefern leise und sauber rund um die Uhr Strom, ohne Ölteppiche und Zugunglücke, ohne Gasexplosionen, ohne groben Unglücke, ohne tödliche Luftverschmutzung und den ganzen Rest. Falls Sie noch nicht selbst darauf gekommen sind, die neue Energiequelle ist Kernkraft. Sie hörten einen Auszug aus dem Buch A Bright Future von Joshua Goldstein und Staffan Quist mit freundlicher Genehmigung des Verlags Public Affairs Übersetzt und eingesprochen von Nuklearia, dem Verein für moderne und sichere Kernenergie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.